Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Need for Speed Most Wanted Wir machen jetzt hier ein Aufstellenrennen Perfekte Start Wir haben schon zwei Rennen geschafft, den Weg herauszufordern Ja, und jetzt machen wir den nächsten Rennen Zwei Rennen fehlen uns noch Kaufgeld haben wir alles schon erreicht, meinten dann ebenfalls Ja, hat doch super genug Na los Die Autobahnstrecke ist eigentlich ganz cool Die Lennen ist, wenn kein Verkehr ist, macht besser Was irgendwie auf der Autobahn gerade gefloppt ist, aber egal Da ist die erste Mode-Stellung, wir haben auch massige Zeit Wenn wir den Max-Speed, dann könnten wir auch viel mehr fahren Was war das, ne? Na, ich hab einen Blenden lassen Die Lennen ist eigentlich nicht rechtgegeben Zwei ja auch für die Autos Ganz plötzlich sind jetzt die ganzen Autos wieder da, ne? Höhöhöhöhöhöhöhöhö Boah Sorry Zwischen und backen Hier ist nämlich viel kürzer Oh, nice So Schick, schick Jetzt haben wir noch einen am Auto stellen Dann haben wir auch schon das nächste Rennen geschafft Einfach geht dann Oh, easy Leute, oder? Was soll das erst sagen, wenn ich, äh, im Ziel bin? Oh man Ah, jetzt kommt mein, mein schöner Wer hat mein Kopf nicht gegeben? Wie ärgerlich ist das denn? Ja, ne mein Wieso Ich hab das denn gesagt Hätt vor, sagen Ich hab den Platz ausgelichtet Bleibt doch Ja Ich hab die 90% davon ausgeliefert Super Und dann fängt's jetzt wieder an zu hacken, denn das ist voll komisch BAAAA Geiles Bild ich Pfeiffer wollte alle Rufzeichen ja 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 ich glaub hier irgendwo rum ist mir egal so was können wir noch rennen auch ein bisschen kohlen das ist immer schön mein Name können wir auch schon Weg fertig machen die letzte Farbe die letzte Farbe Alarm vorbei ah die ist ja hier mal du kannst hier runter rumfahren was das ist ja auch das kann Ja der ist gut gemacht, der hat seine Bau gestartet... und dann ist der Kurs raus, oah nein... Scheiße, Alter, der ist halt ... Fuck Alter... Voll falsch gefahren, da haben wir natürlich die ganzen... Fuck, der ist jetzt echt gelogen und da ist... Achtung, laut östliche Streife! Oh, ist hier maximale Cop-Off-Komm, oder was? Verrichtet in öffentlicher Richtung, auf dem Stadion Bunlar. Ich brauche dringend Einheiten, die da den fassen. Voll verkackt. Aber ich bin wieder an erster Stelle. Scheiße, wenn die Polen jetzt kommen, dann verkackt. Oh, wird der... Ich hätte den Abkürpfen genommen. Pissenecke. Mann, die Füße. Hier, geh ich mit mir, Alter. Nee, machst du kein Sprechchen. Fuck it. Ah, shit. Die Abkürpfen. Ja, es kann nämlich die Abkürpfen, aber man kann es besser. Arschloch! Die Abkürpfen. Deine Abkürpfen. Keine. Dang. Voller Scheiße. Wollte mal auf der Bremse gehen. Vielleicht kann ich sie wieder mal übersehen. Wollte einfach mal ruhig nach der Bremse gehen. Das ist der letzte Mal. An alle Einheiten auf Empfang. Wir haben Meldungen über mehrere kurz sechs Objekte mit zu hoher Geschwindigkeit. Letztens wurden sie gesehen, in einer ältere Richtung. Auf dem Kälterpray, Einheit auf Empfang. Mann, Alter. Und da sind die Trollen. Ah, die sind vorbei gefahren, ne? Wie geht die irgendwo rum? Ich sag auch noch, lasst euch nicht von dieser Abgriff, die mir irritieren. Ich falle an uns fast rein. Der nächste Dixer, der ja flach weiß. Bei mir sind die gar nicht fixiert. Die sind nur an denen fixiert. Der hier und dann kommt die Thouse-Bestelle. Man, immer hier! Und jetzt kommt die Thouse-Bestelle, ey. Der ist auch nicht von gestern. Die sind die Hände nicht von gestern. Ne, dass geht das jetzt nicht. Was ist denn hier, das ist mir jetzt für die Hände vorgegeben? Er hat zwar kackt Jämmerly Ey das ist passiert Dann aber Verdammt Entschuldigung Ich bin ja immer krank Mein Gelegt Unfall Wiederhole Unfall Verdächtige Assoziiere Unfall gerammt, Alter Da fällt einer auf der anderen Autofahrt an Wie geil Sichtkontakt verloren Stand by Habe Sichtkontakt Vor 3 Kann den Kerl einschalten 10,9 und 5 Will ich bringe ihn von der Straße Die Hälfte ist aber nicht so Das ist nicht so Ich bin ja nicht so Wird er denn da nicht auf der Weg Die wird ausgedrückt Das ist nicht so Das ist nicht so Wird er denn aufgebaut Wir haben die Einheit ausgedrückt 4,2. Blüte schnellstmöglich Lagebericht. Wir kriegen das schon, Leute. Keine Sorge, der hatte ich auch noch. Was ist damit? Ich habe gerade durch die Krankenstelle geraten. Das ist auch nicht so gut. Ich habe nicht mehr Verstärkung. Einheit ausgeweilt. Wir haben die Lasten jetzt geschafft. Wir haben noch einen Zuhandrater. Wir haben uns ja wieder geschafft. Also können wir wieder schön ordentlich Kopfgeld kassieren. Was denn? Ich denke, da ist ein Weg. Oh Mann, Alter. Oh Mann, da kein Weg. Ich denke, da kann man schon langfahren. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Oh, was ist denn noch? Oh, das ist mein Nacken. Ey, die Sau. Oh Mann, so, 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 so. Und dann nicht. Oh Gott. Das ist nicht so, dass wir gerade langfahren. Das ist überhaupt nicht gut. Was ist das denn jetzt schon abmuchter? Was ist das denn jetzt? Oster Reiser hat gerade jemand so gereiht. Sieht aber nicht weiter schlimm aus. Ich glaube nicht alles schlimm aus, oder? Ehrlich? Oh! Oh Mann! Der Armut der Fangservis trägt nichts, das ist gut wieder an. Genau, weil die Lärte zwei ein Tabagent. Das tut aber gar nichts. Bei dir, die Lärker tut gar nichts. Ich brauche alle Verpflichtungen auf Kohlreis. Ich schicke ihn zu voll! Einheiten sind in 30 Sekunden da. Super. Die Teile haben wir dann zurückgesetzt. Einheiten der Code 3 Verfolgung. Fahrzeug wurde zuletzt gesichtet in Richtung Süden. Im Dreieck Dietersburg. Sektorsperrung wurde genehmigt. Zusätzliche Einheiten werden zur Verfügung gestellt und dem Eritator zugeteilt. Sauber gemacht. Dramatische Musik. Dramatische Musik. Du haust ja ganz schön rein! Unglaublich was das für Kreise zieht! Ich muss unbedingt nach Campton Beach kommen. Angeblich sollen die Quoten da besser sein. Mal sehen! Knöpf dir die Typen weiter vor! Du kriegst Racer! Ist nur ne Frage der Zeit! Wir seh.. Weg ist der Nächste! Weg ist dran! Das ist der Tropel von dem ich dir erzählt habe! Razors Prügelknabe! Er hat dich herausgefordert! Streich ihn also von der Black Beast! Das sollte Razor und seinen Leuten eine Leere sein! Ich unterstütze dich bis du es geschafft hast! Alles klar! Ja! Dann würde ich sagen! Machen wir ihn mal direkt! Wenn wir ihn vielleicht noch nicht kriegen! Weiß Sprint! Schaffen wir! Hehehe! Pulitzer am Donutladen! Ich bin nur ein unauffälliges Auto! Ich bin nur ein unauffälliges Auto! Ich bin nur ein unauffälliges Auto! Also unauffällig! Dann kommen wir auch noch hin! Weg der Start! Und los geht's! Pulitzer jetzt weg! Na ja! Egal! Das heißt, wir müssen dir zeigen, was wir drauf haben! Fertig! So! Mann! Mh! Ganze Ecken, ne? Das geht jetzt auch nicht mit Ecken hier! Was? Hahahaha! Ah, 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 ah! Das ist ein Kacke, was? Das ist noch da, ETC! Wie ist es, wie gut? Sagen Sie sich ins Larchen auf, Ah! So, sorry für die kurze Unterbrechung. Fangen wir direkt weiter an. So, Dick ist in kurzen Abschluss weg von uns. Wir haben fast die Hälfte erreicht. Gut, jeder Sehner meinte ich, wo man eine lange gerade fährt, an meinen Bäumen. Das ist eine gute Szenerie. So, der Dick ist von uns ungefähr 600 Meter fern. So, die Abschlussung ja, hat die Hälfte genommen. Wenn er die nicht nimmt, haben wir schon ordentlich. Abschnitt von ihm gewonnen. 800 Meter sind schon ordentlich. So. Ich muss mich gar konzentrieren, weil ich wurde lange Zeit verbrochen gerade. Also, deswegen, entschuldige, wenn ich kurz nicht bei der Sache bin. Aber er holt auf, sehe ich gerade. Er hat die Abgriffe genommen. Und er holt extrem gut auf. Seht ihr das? Er hat noch 800, jetzt ist er bei 700. Er ist jetzt gut. Er hätte nicht gebremst, wäre ich jetzt vorne das Auto gemacht. Mein verdammt, er holt extrem schnell auf. Oh, wie war ein KI, wisst ihr? Seht ihr das doch mal an. Von 800 auf 500. Heftig. Da ist er schon. Fuck. Schon kurz vor Schluss. Oh Mann, oh Mann. Das muss aber echt nicht sein, oder? Das muss echt nicht sein. Echt nicht sein. Echt nicht sein. Leute. Also ehrlich. Entschuldigung, nochmal. Wann bin ich endlich wieder gesunken? Puh. Letztes Rennen. Jetzt kommt's noch an. Perfekter Start. Jetzt geht's. So. Er ist verdammt gut gestartet. Mann. Wo brennst du mich aus, du verdammter Hurensohn? Mann. 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 Da bremst du ja nicht volle Pulle aus. Arsch doch, ey. Man muss nicht so extrem bremden wie der. Nee, das muss ich nicht bremden. Mann. Ganz toll. Das ist ein rütziger Moment. Ja, komm. Das ist ein rütziger Moment. Das ist ein rütziger Moment. Das ist ein rütziger Moment. Ach, Spiel. Es wird lächerlich. Wirklich. Es wird so langsam richtig lächerlich. Ja, ich stell mich aber auch scheiße an. Ehrlich. Das ist scheiße, was ich mir da zusammenfahre. Ich hab dich wieder verkackt. Nee, ich hab dich wieder verkackt. Aber ich schiebe mich auch mal mit an. Ist gut. Steht der mir wieder im Weg, wenn ich in die Kurve will. Der steht mir die ganze Zeit im Weg. Das ist heftig. Jetzt schon wieder. Ich schub's ihm auch an damit, ey. Fuck. Gut. Das war's. Naja, okay. Das hab ich auch im letzten Moment gedacht. Aber da kam er auch. Verdammt. Guck. Scheiße. Guck. Mann. Stein dich an, Alter. Ich hasse es, wenn ich unterbrochen werde und dann in so einer Entscheidung zu trinken bin. Nein. Das ist doch nicht zu glauben. Das ist doch nicht zu glauben. Komm, 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 komm. Er steckt fest. Nein. Guck, ich krieg an die Kurze. Da ist schon das Ziel. Das meine ich. Die Blacklist. Die Blacklist-Entscheidung. Befeu. Befeu. Ja, Mann. So ein dramatisches Rennen habe ich schon nie gehabt, ey. Meine Fris ab, Säffchen. Du, worin soll ich denn jetzt von den Mittelflingern? Nein, die Fresse. Die Mütter hat immer Glück erbracht. Geldpräne ist super. Und dann noch den. Den Wagen muss ich nicht unbedingt haben. Aber wir bekommen ihn super. Kann den Bieten freigegeben. Yes. Ich kenne auch noch Izzy. Isabelle Diaz. Haha. Ich kenne den Max-Drehe-Kracht. Ja. Alter. Geschafft. Boah, was geht's los? Nein, Mann. Alter. Es tut mir so leid, Leute. Hab gehört, du hast es bis nach Kärnten Beach geschafft. Sauber. Dieser Rock legt sich anscheinend ins Zeug. Ich hab dir einen Unterschlupf in Küstennähe besorgt, damit du nicht nach Rosewood zurückfahren musst. Wäre sonst ein langer Weg, wenn die Cops hinter dir sind. Sei vorsichtig und lass dich nicht erwischen. Es tut mir so leid, Leute. Man, jetzt ist doch ganz plötzlich Anti-Wir und macht da hier so eine Kontrolle. Da krieg ich einen Affen, ey. Genau in dem Moment. Das ist so ein Pech. Jetzt läuft die Scheiße im Hintergrund. Mann. Ach, ist das ärgerlich. Das ist so scheiße ärgerlich. Oh, Mann, ey. Es tut mir so was von leid. Oh, Mann. Wir haben gar kein Gefliege gehabt. Ach, ihr heilige. Die sind... Oh, krass. Die sind mit weniger Leidenschaft gefahren als die anderen. Da war doch das was. Niedos, anderen Neues. Die Globesbeschlafen. Bremsen. Hä, da kommt genau die Scheiben. Kompressor auch noch nicht. Rechte, die wenig wir haben, haben sie nicht alles. Die war halt auch gekauft. Wieso? Reiften. 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 Ja, da hatten wir schon alles, Gott sei Dank. Och, man, po, einfach. Och, man, scheiße. Okay, Leute, bis zur nächsten Evolution. Vielen Dank.